Oh, es geht Freunde, es ist 23.24 Uhr, also fünf vor halb zwölf. In etwa dreieinhalb Stunden muss ich von Lübeck nach Hamburg losfahren zum Flughafen, da aber morgen mein Flug nach Madeira geht und ich besuche Sabine, Simon, Colin, AJ ist auch da, also ein Homie von mir aus der Schweiz. Und ich habe es für den ganzen Tag vorgenommen und mir fällt gerade ein, ich wollte noch ein Paket an meinen Mord-Esel schicken, ich habe es voll vergessen. Wie gesagt, jetzt haben wir es so spät, jetzt fliegen wir die Packstation rund um die Orfen, weil der auch die ganze Zeit schon nach Drängeln und der nervt auch schon bei Whatsapp. Ich habe es ihm auch versprochen, deswegen mache ich das jetzt flott. Ihr könnt ja mitkommen oder so, ich habe keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was ihr da groß erzählen soll. So, ich habe den Bumms auch erledigt. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden, in a shame. Hast du viel, viel, viel gemacht? Hat er eigentlich inzwischen gerafft, dass, äh... Nee, er hat es nicht gerafft, aber nach dem Kampf lesen wir auf, dass er main ist. Simon hat sich nämlich umbenannt, gerade in Harkans Account, spielte gegen Colin, Colin denkt gerade, er spielt gegen Harkan und wird halt völlig nackig gemacht. Ich habe mit Schreien, das gucke ich mir an. Boom. Hakan zu heftig gutes Training. Ist Hakan besser als Simon? Er ist so triggert einfach. Lass mal Ruhe gehen. Wir mussten einfach nicht mehr auf das U-Hab haben. Was geht? Er hält ja besser für den Switch, weil er will keinen Dockzeichen mehr übrig haben. Hallo, was ist denn hier los? Ich dachte, was geht? Komm mal her, komm mal ran auf den Meter. Erst mal sitzen, Alter. Der Hankman ist da, Leute. Grüß dich. Wir haben uns ja gestern schon getroffen, aber trotzdem hallo. Grüß von Hakan, by the way. Dieser Prank von Sibon, habt ihr schon hinbekommen, oder? Wir waren gerade bei, Alter. Dann in dem Gondelhaus. Wollen wir jetzt so hochfahren zu dem Topic Garten. Eintritt zusammen mit dieser Gondelfahrt. Es passen einfach fucking 31 Flocken, Alter. Hey, der hat by the way Geburtstag. Alles gut. Happy birthday to you, Alter. Wir sind auch mit Dano und mit Pete. Und wir fliegen gerade straight in so einer fucking Gondel, Alter. Fliegen wir jetzt hoch zu diesem Monte. Der heißt wirklich Monte? Habt ihr das mal gesehen? Auf dieser Google Maps-Karte? Monte heißt Berg auf Portugiesisch. Ja, aber wir hatten ihn einfach nur Monte genannt. Also richtig und grittig. Ja, ja, ja. Musst aber mal lesen. Das ist der vorne mit mir. Der Bruder, der ziehe ich ein. Da meine ich WG auch mit AJ. Gut. Wir sind einfach in so einem falschen Garten, in dem wir eigentlich dachten. Haben irgend so eine Touristenfalle gekauft. Ja, guck dich das an. Wir sind einfach übel enttäuscht so. Was ist das hier? Alter, hier ist so ein famous Dude. Rui Vieira. Ja, das sieht aus wie du. Hat der eigentlich schon die Glocke aktiviert. Eigentlich ist der gar nicht so bad tatsächlich der Garten. Ich war so richtig enttäuscht anfangs. Man denkt sich einfach so, Pflanzen sind übel langweilig, aber... Ja, nur in Deutschland sind die langweilig. Bruder, das sind sie halt wirklich. Spaß, eigentlich übel interessant so. Junge, sind das die Dinger, wo man so drauf drücken kann? Ja, die so platzen. Ja. Und die Samen verbreitet werden. Ja, ich würde es übel gerne ausprobieren. Warte. 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 Hat nicht funktioniert, wa? Traurig. Die Orchideen. Ein bisschen Fenster putzen könnten sie auch wieder, wa? Ja, ja. Wie bei den Wollnits seh das hier aus. Die Hempel sind hier weg. Alter, das ist Aloe Vera. Guck mal. Sind das diese äh... Botanische Zwiebeln, ja. Ich glaube, ich weiß wie die heißen die Pflanzen. Wie? Die Mimosen heißen die, glaube ich. Wenn du die berührst, dann gehen die so ein. Für die anfassen. Okay, okay. Das sind sie nicht. Oder? Gar kein Bock mehr. Gondolero. Hallo. Moin. Ich bin's wieder. Euer Colin. Und wenn euch das Video vom Henkmann gefallen hat, dann gebt mal einen schönen Daumen hoch und lönen die Glocken. Alles klar. Jawohl.